Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Kalisto Protocol. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut und ein bisschen Horror mit mir genießen wollt. So, die letzte Folge war ein bisschen umständlich. Ja. So, wieso komm ich nicht rum? Ach, das ist Stufe. Na dann. Hä? Huah! Alter! Geweck, 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 geweck! Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh, Flashback by Dead Space, wo du durch den Raum läufst und auf einmal kommt da diese riesen Tentakel. Aber das war jetzt so eine Miniversion und der Kopf war da dran. Brauchen wir da eine Sicherung oder was? Da hinten zappelt einer, ganz hinten im Hintergrund. Na toll. Der ist raus. Ah, komm! Der erste Schlag gehört mir! Ah, ey! Ist denn das die Möglichkeit? Sag mal, wo ist der jetzt rausgebrochen? Da aus dem... Ist der da runtergesprungen? Ne, der ist da irgendwo rausgebrochen. Ja. Verschlossen. Sicherung ist wieder erforderlich. Ach, toll. Okay. Da hinten ist eine Stachelwand. Ein bisschen die Umgebung nutzen. Und schauen, prüfen, was ist da alles. Wetter mal da hoch. Ich mach mal hier mit dem Schleichmodus. Ich sag ja, wir spielen das gemütlich. Hua! Tschüss, du! Wahnsinnig! Wo kommt der denn her? Mach doch mal. Fuck! Haben wir noch Gesundheit? Ja! Einmal! Alter! Reiß ich jetzt mal zusammen, gell? Okay. Soviel zum Thema Schleichen. Oh, wie kann man diese Biester besser umgehen? Wenn ihr da einen Tipp habt, schreibt es mir das mal bitte in die Kommentare. Wie kann man denn die... Da haben wir ja gar keine Chance. Die greifen ja ohne Vorwarnung an. Gut, Klaue. Da ist ein Lüftungsschacht. Teller. Hallo! Autsch! Hey! Blöder Teller, Alter. Ich will kein Geld. Ich will Heilung. Es lohnt sich gar nicht zu schleichen. Die wissen, wo wir sind. Es wird zwischengespeichert. Ah, schon wieder! Geh doch mal weg! Ich hab dich nicht gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Boah, der hat versucht, mich da reinzuziehen. Boah, guck dir unsere Lebensanzeige an. Ist das dein Ernst? Ja, katastrophal. Wir sind von da gekommen, gell? Liegt der da noch? Nein, die kann ich nicht mehr greifen. Na, können wir nicht zerstören. Boah, ich geh hier sowas von drauf. Autsch. Alter. Wahnsinn, was ist denn hier jetzt los gerade? Officer Kerry Brown. Wehe, da springt jetzt so ein Halsglibber durch. Hier so ein Würmchen. Da sind wir gleich tot. Ah, Glück gehabt. Und Gesundheit? Ja, Gesundheit ist dabei. Und die drei. Da muss ich wieder hochklettern, oder? Jetzt warte mal, ich steck mal hier hoch. Ach. Perfekt. Das kommt auch nie gerufen. So ein Gesundheitsinjektor. So. Da ist er. Oh. Oh. Oh, Schammer. So, wie sind die Laufwege von denen? Der scheint da jetzt nicht entspannt zu liegen. Äh, zu stehen meine ich. Entschuldigung. Okay. Ich würde den hier gerne als erstes machen. Oh, echt? Verpiss dich. Weg. Autsch. Autsch. Lauf, 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 lauf. Halt doch mal die Fresse. Ich verrecke. Autsch. 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 Das sah nicht gut aus, gell? Wieso hat der uns gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Hm. Wo kommt man jetzt raus? So, jetzt warte mal. Jetzt muss ich mich orientieren. Wo bin ich denn jetzt gerade? Kann man von dem Typen schon das Zeug bekommen? Ja, das hat er sich gespeichert. Okay, alles klar. Oh, guter, guter Zwischenspeicher. Gut, gut. So, auf der Lagnos so ne... So ne... Das hat er sich auch gemerkt. Das hat er sich auch gemerkt. Upsi. Oh, scheiße. Autsch. Das ist ein Fiks. Geh doch mal weg. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist... Das war aber nicht schlecht. Vielleicht muss ich diese Dose auf den... Großen ballern. Ja, das legt gerade ein bisschen nach. Das habt ihr gesehen. Gerne Textur. Vielleicht der typische Schwächen hat das Spiel. Okay. Okay. Das ist doch nicht. Okay. So, ich bin der Typ. Jetztsay ich mich, es ist mir selbst zu dienen. Ihr habt einen Blick. Das wäre nicht großartig. Gehen wir gerade das. Weik. Das wäre dann nochmal drauf. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Alter, ist das denn ernst? Nein, das kann man nicht ruhig zur Schütze nehmen. Jetzt häng ich gerade ein bisschen. Hm. Das erinnerte gerade ein bisschen an Halloween. Einfach mal die Klüpscher ausdrücken. Hm. Katastrophe. Ich darf auch nicht zu nah dran sein, wenn es explodiert. Okay, die Idee war aber gut. Das ist so gut. Das strutten der Gitarre ist. Das war die Krüpscher ausdruckt. Das war eine Bisse. Ich glaube, ich glaube, ich habe das gezahlt. Das war das Z organisations, in der Stuttgart. Das war die Krüpscher ausdruckt. Das war das, die Krüpscher ausdruckt. Ich glaube, ich würde dann sagen, wir, ich gehe nicht nachdem. Uiuiuiuiui, das wird jetzt echt knapp. Das ist die Sicherung. Perfekt. Schlappen wir dir noch durch. Ah, volle Konzentration. Also Leute, ihr müsst euch echt konzentrieren bei dem Spiel. Weil sonst geht das nicht. So, kann ich dir noch zerstampfen und was rausfragen? Jo, das geht. Ja, leichter Verlust der Beine. Gott sei Dank, Leben. Leben ist eigentlich das Wichtigste. So, und der hier? Ah, der ganze, der ganze Injektor. Perfekt. Ah, schön. Da ist dieser Schuhzugang. Da hinten wäre aber auch nochmal ausgesen mit einer... Trifiliers. Ähm, mit einer Sicherung, ne? Warum speichert das Spiel nicht? Nachladen. Nie vergess das Nachladen. So. Katastrophe. Sehr, sehr guter. So, jetzt geht's rauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Ding ist echt verdammt groß. Ja, was du dich sagst. Elias! Ich bin im Aufzug. Ich seh die Schuhe. Elias? Alles klar? Echt mächtig. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Part Ende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich das nächste Mal wieder mitbegleitet bei Kalisto-Protokoll. Ciao. Macht's das gut.